Grüß euch, ich wollte mich bei euch bedanken. Die letzten Jahre waren für uns alle ja nicht die einfachsten. Egal ob Corona, Krieg, Inflation oder unsere inkompetenten Politiker. Und? Habt ihr schon Mittagessen? Ja? Und Politikerinnen. Es ist richtig, dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Wir kümmern uns darum, dass die Menschen, die uns zuschauen, gut schlafen können. Warst du nicht schlafen? Nein, ich schwöre. Oder das Ganze einfach besser verdauen. Weißt du? Dass man nicht die politische, innerliche Speiberei kriegt, emotionale Scheißerei hat.